Sehen Sie die besten Serien, bevor Sie andere sehen. Im Juli. Powers, Staffel 2 auf Sky Atlantic. Cape Town, Staffel 1 auf 13th Street. Murder in the First, Staffel 3 auf TNT Serie. The Returned, Staffel 2 auf RTL Crime. Mistresses, Staffel 3 auf RTL Passion. Dark Matter, Staffel 2 auf Sci-Fi. The Player, Staffel 1 auf RTL Crime. Angie Trebecker, Staffel 2 auf TNT Comedy. Nashville, Staffel 4 auf Fox. Und die dritte Staffel von Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. auf RTL Crime. Die Serienhighlights im Juli.